Hallo Leute, hier sind noch ein paar Videoaufnahmen vom letzten Sonntag an der Garage 10 in Gelsenkirchen. Nach der monatelangen Corona Zwangspause finden vielerorts wieder die ersten Treffen statt. So auch am Sonntag hier an der Garage 10. Auch einige große kommerzielle Veranstaltungen sind schon für dieses Jahr geplant. Aber warten wir erstmal ab, was nach den Ferien los ist. Hier an der Garage 10 herrschte am Sonntag auf jeden Fall gute Laune. Alle waren froh mal wieder raus zu können und andere Benzinverrückte zu treffen. Selbst die kurze Regeneinlage konnte die gute Laune nicht trüben. Musik 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 So, das waren ein paar Eindrücke vom Treffen an der Garage 10 in Gelsenkirchen. Da ich selbst unterwegs bin, habe ich das alles im Hotelzimmer mit einem uralten Laptop zusammengeschustert. Naja, irgendwie ging es. Also dann, tschüss, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.